So, ich mache jetzt einfach mal direkt das nächste Level. Das haben wir. Das haben wir auch schon. Das müsste ein Wasser... Ist das ein Wasserlevel? Nein. Ah, ihr wisst ja, wie momentan meine Meinung zu diesen Leveln hier ist. Aber zum Glück ist es hier und noch nicht für alle Zeit. So, du machst hier erstmal die Sause. Der hat schon wieder losgelassen. Habe ich eine Maske verloren? Bäh. 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 wenn wir hier? Ich will mal grad gucken, wie weit sind wir denn jetzt? 26. Ja gut, dann können wir gleich auch noch direkt das andere komische Lerwälder machen. Ähm, das Rings of... Nee. Power, Rings of Power. Das können wir dann auch noch direkt machen. Weil dann lasse ich mir dann den ersten Warp Room ähm für die nächste Aufnahme. Oh, da hab ich eine Maske verpasst. Was ist denn mit dir los? Guckst mich an, in diesem Auto. Das war schon extra so, was ich da grad gemacht hab. Ach, Mist. Haben wir das schon mal gesehen? Ich glaub, doch, ich glaub schon. Das nächste Mal dran denken, die an die Maske mitnehmen. Ja, die eine lässt die jetzt da, ne? Ich bin ja noch der Hoffnung, dass wir noch hier noch eine bekommen. Und dass wir dann hier alles überfliegen können. Das stimmt. Bam. Ich guckst dir gar nichts und guckst mich doof an. Die Kamera schön raus. Schön. Yay, Platin! Uh! Alles klar. So, dann speichere ich jetzt ab und dann machen wir Rings of Power. Wenn das Level denn überhaupt so heust. Hi, heust. Ich sag das jetzt schon seit fünf Malen oder so. Und, äh, kann sein, dass das ganz anders heißt. Aber ich mein, das wird irgendwie Rings of Power oder so heißen. Schon 98 Prozent! So, dann müsste es eigentlich zwei Edelsteine geben und ein Relikt. Weil einmal fürs Erste werden und einmal Kisten und halt das Relikt für Zeit. So. Rings of Power, genau. Zwei Edelsteine und eine Relikt. 1,22. Ähm, wir machen... die Kisten zuletzt, muss ich sagen. Die Kisten zuletzt, muss ich sagen. Ja, wir machen... Ich glaube, wir machen die auch noch gerade kaputt, wenn wir gerade dabei sind. Schön ist, hier gibt es auch Nitro-Kisten, die einfach mal in der Luft hängen. So, da haben wir eine Nitro-Kiste. Da liegt auch noch eine Kiste. Ich finde das an sich eigentlich voll cool, nur die Steuerung ist so ein bisschen zu hakelig dafür. Wie war das denn nochmal? Ah, da ist es das Drehen. Weil da kann man sich nämlich auch mal so beschleunigen, dann kriegt man so einen Überboost. den hätten wir auch schon mal. ähm, dann machen wir jetzt das Rennen auf den ersten Platz und dann habe ich auch schon mal so ein bisschen die Strecke verinnerlicht und dann machen wir das Relikt. 1,22, das ist auch... Also für Saphir ist es auf jeden Fall machbar. Ist ja nur die Frage, was hat Gold ist, aber... Das ist ja jetzt erstmal nicht unsere Sorge. Unsere Sorge ist jetzt erstmal das Ding irgendwie nach Hause zu shoveln. Vom ersten Platz. So. Okay. Oh, das ist natürlich... Ach, Neuanfang, aber super. Das haben sie ja... Die sind ja richtig schlau gewesen beim Programmieren. ... вет ... ... ... ... ... ... ... ... Ich weiß nicht, was ich hier damals für Probleme hatte. Ganz ehrlich, ich bin jetzt schon Erste. Dann kann es natürlich sein, dass ich gleich in so eine olle Nitro-Kiste reinrausche. Super! Ich glaube, das sollte auch kein Problem mit dem Relikt sein. Wenn ich das jetzt genauso fliege wie eben gerade, dann ist das, glaube ich... Gibt's da... Oh! Die Frage ist... Die Kisten. Sind das Zeitkisten oder nicht? Das werden wir jetzt herausfinden. War das hier schon gemacht? Ja. Na gut. So, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass es keine Zeitkisten sind. Wow, was war das denn? Ich bin dagegen irgendwas gegengeflogen. Auf jeden Fall nicht abschießen, sondern mitnehmen. Weil sonst kostet das nur Zeit. Ich habe euch jetzt mal auf der Fall und nicht nur so zusammen gemeldet. Was ist denn Minch und der Prinz angeschaltet? Das ist doch nicht dein... Dein scheiß Ernst! Stirb! Dreckiger Mistkerl! Ich weiß ja nicht, was die Zeit war. Ja, war mir schon klar, irgendwie. Aber jetzt sehe ich ja auch wenigstens, was die Zeit dann ist. Aber es dürfte eigentlich nicht so viel sein. Vielleicht 1,7? 1,8 oder so? 1,3! Ja, dann würde ich mal kukkeln hier. 1,3! Dann muss ich mal gucken, wo ich noch so ein paar Rolldinger mitnehmen kann. Dieser dumme Drecksack blockiert hier immer das erste Loch. Krangel-Kringel-Ding. Okay. Nochmal. Aber das muss auf jeden Fall... Das muss! So, ich muss die nur... Ah, ich hab einge... Einge...